Weevil? Nein, ich glaub's nicht. Doch, Weevil. Weevil ohne Aufsätze, tatsächlich. Ohne Aufsätze, okay. Ohne Aufsätze, ich klasse, mach mal einen weg. Ah, hier. Komm, so. Erstmal meine Glück der Irrentarnung. Hey, was ist denn das für eine Müllklasse, Alter? Das heißt, oh, hin. Ja, Weevil ohne Aufsätze, dann Blündeüberwacher als erstes Park. Okay. Ähm, als drittes Park. Totenstille, zweites haben wir keins. Oh, okay. Und als Nades, nur Blendgranaten. Das war's. Wie, also die, äh, achso, Blendgranaten. Also ja. Zwei Blendgranaten und dann? Zwei Blendgranaten und das war's. Also fünf von zehn. Ja, mehr ist das nicht. Fünf von zehn? Ja, das ist random. Boah, das ist cool, Alter. Ja, okay, müssen wir. Jo, fünf von zehn, deswegen sag ich ja schule Klasse und als Streaks, ähm, Vorräte, Geist, Orbi. Okay. Und Spezialist? Steht der da? Warte. Ja, so im Hintergrund ist ein Reaper, also lass wir übernehmen. Keine Ahnung, ob das jetzt... Ja, so RIP. Lass mal, lass mal Psychiose nehmen, ich dann sag. Einfach mal so, ist fun. Oh, nee, der, der Ripper, ich meinte den Ripper, nicht den Reaper, dann lass Aktivtarnung nehmen und nicht Ripper, oder? Ja, ist zu mir leid. Okay. Okay, perfekt. Jo, und wollen wir nochmal, wollen wir noch... Jo, das ist die Klasse! Wollen wir noch... Äh, warte. Wollen wir noch, wollen wir noch Techniker reinklatschen wegen Vorräten? Einfach so, komm. Nee. Gut, dann, gut, perfekt. Gehen wir jetzt durch. Ah, die Fresse auch. So, mir hab ich ihn eh nicht. Ha! Also, ey, ich suche jetzt ein Spiel. Bin gespannt, die letzten beiden, wo es konnte ich ja vergehen. Ja, Moivijoin habe ich jetzt mein Leben. Gar nicht drüber nachgedacht. Ey, Mann, ja, den musst du rausschneiden, Alter. Du musst dir erstmal Mühe geben, weil... Ja, den kann ich nicht. Ach, Alter. Also, Freunde. Junior ist zu behindert, äh, Videos zu schneiden, deswegen müsst ihr jetzt nur angucken, wie wir jetzt hier reinjoinen und gleich wieder rausgehen. Vielleicht ist hier Runde auch. Hat ja erst gerade angefangen. Ja, vielleicht. Und, wie viel? So. Ah, perfekt. Genau in der Mitte. Ja, komm, wir gehen raus. Ja, komm. So. Alter, ist zu behindert. Quatsch. Was hast du sonst noch dazu erzählen? Ich war jetzt eine Woche krank. War belastend. Scheiße. Wusstest du gar nicht, wa? No. Also, ich bin ziemlich aus meiner Zockerform raus, sag ich mal. Jetzt muss ich bis hin meinen Aim wieder... Halt's Maul, du hast die ganze Zeit gezockt. Halt die Presse. Halt. Non. Ne, ihr. Halt sie jetzt zu Baum blihte drin. Ja. àb, weil ich wie eine baumblühte ist. Ch бог, wer weiß. Schreibt doch mal die Kommentare mit wem. Mit wem Ihr. Mit wem Ihr mir jetzt zur Baum blühte gehen dieses Jahr. Ba dann darfst du uns Harvard machen. Vielleicht können wir denn auch mal ein Meet & Greet machen, kann ich euch ein paar Autogramme geben. Können wir ein paar Fotos machen, wenn ihr Bock habt. Ja. Vielleicht gebe ich euch auch ein Bein aus. Mal schauen, auf welchem Level ich schon bin. Also ich bin Level 325, Kappa Klaus Nikolaus. Oh, Turc, Kurt, Albania. Geil, Digga. Heizung auf 5, jetzt wird geschwitzt. Mensch, am Montag um. 21.34 mit auf jeden Fall gute Lobbys, anscheinend. Kappa. Oh, die Mistvorräte werden wir wirklich... Oh, mal die. Hättest du das jetzt rausgehauen? Ich kann auch nicht piepen, Alter. Ja. Du musst einfach mal husten. Das Einzige, was ich hätte machen... Ah, egal, kann ich danach sagen. Jetzt, jetzt. Ja, lass'n was. Lass'n was. So, also... Ja, vor allem meine Mutter hat vorhin wirklich noch umgemeckert, ne, weil ich dann... Weil wir dann doch im Dings waren im Gym. Echt jetzt? Ja. Absolut. Ja, belastend, Alter. So, also... Okay, anderes Thema, das ist jetzt ein bisschen... Ich hab, ich hab noch nie mit... ...Mit Splendranaten gespielt, jetzt ohne Scheiß. Ich hab noch nie, Alter. Mit der schönen Edelstein-Tarnung. Sniper wär mir natürlich lieber auf der Map, aber... Ich glaub' heute, Alter, ich weiß gar nicht, wie man grad... Ich werd... Ich hab's natürlich 3 Bar, man kennt ihn. 4, 3... Wie die Leitung will. Na, hier rein zu rennen, weil da PM die eigentlich immer. Aber na, ja. Na gut, die spawnen da hinten noch bei den Autos. Die sind leider nicht schlecht, muss man sagen. Ja, muss man auch sagen. Ich weiß gar nicht, wie man das verfickte Blatt geraten wirft. Ich hab' ihn geblendet. Na, siehst du nicht, du Mistenschwitzer? Oh Gott, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, links ist noch einer, der is weak. Also, eine Kugel hab' ich ihm gegeben. Ey, was... Ey, was... Was ist... Was macht er denn? Wenn er mir jetzt... Oh, ja, den muss ich Leben beendet. Okay, ich bin tot. 9. Mann, Freunde, was soll ich denn machen? Ich warte nach. Ach, Mann, oh Mann. War auch schlecht gespielt, muss man sagen. Schlecht geaimt. Hier außen läuft einer, hab' ich aus dem Augenwinkel gesehen. Was war das denn? Ja, ist doch wieder... Beast, Baris oder... Baris... Och... Level 600, Alter, das ist kein Leben. Na ja, Freunde, und wie geht's euch? Mir geht's euch stets. Wie habt ihr jeden Tag überlebt, ohne den Upload? Kappa. Antwortet eh jeder. Oh... OOOH! Ich fahre ihm! Mann, ey! Na hab' ich nicht ver... Oh, hat's One Bullet, mach' ich hol' ihn dir. Komm! Wo denn, wo denn, wo denn? Am Auto, am blauen. Beim Fischerhaus. Äh, nicht Fischerhaus, Sniperhaus. Ja, wirklich überhaupt nicht. Herr Leuchten. Ich dachte, du bist ja das verhaftet. Okay, ich bin... Scheiße. Ah, 6 zu 5. 6 zu 5. Ey, ich... Mann, die sind aber auch nicht schlecht, leider. Ey, die... Ich... Mann, mit der Weevil schlucken die so hart, das ist so krass. Ne, will mir nicht. Mann, hätten die... Ja, cool. Hätten... Wir keine andere Waffe nehmen können. Oh, hinter mir. Nein, okay, gut. Mann, hier mit. Nein, er holt mich. Tja, haben wir noch... noch... spannende Ding. Hier ist einer auch rumgelaufen. Okay, ist wieder vorne. Nein, hier ist fertig. Nur so oft. Geholt. Na, wie Sparys zu Huren. Okay, da kommt noch einer, oder? Ja, ja. Mann, seht ihr mein Name ist... ATL klettert, Mann! Der ist totes, Mann! Hurensohn, tschau! Ich glaube ich selber. Ich sehe gute Spieler, man. Wo ist er? Heu! 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 Wahres! Aber Leute, ich meine, das ist glaube ich schon mal jedem passiert, dieser Kantenslide, dass man da runterfällt. Wahres für Wahres. Alter, die Fresse. Ah, der wäre wichtig gewesen, Alter, für die Psyche, Alter. Keiner, reicht halt echt die Vorräte. Ey, das... Ach, ich hab so Pech! Was?! Ja, Freunde, das ist einfach Leitung im BO3. Jeder kennt das mit der schlechten Leitung. Einfach, wirklich. Oh ja, moin. Darf ich eigentlich nicht, aber hat keiner gemerkt. Hey, das geht rein. Ah, seht ihr nichts? Wieso zieht der was? Er kommt genau dann rein. Ist es so. 14, 12. Keiner geht rein, weil die Mistlobby und Mistverfickten Schwitzer um die Uhrzeit wieder spielen müssen. Ja, komm, hier, soll ich dich holen? Ja, okay, ist aber kein Schöter. Hast du den? Ach, kacke. Der Schluck... Ey, ja, ist unglaublich. Eine Kugel. Eine Kugel? Ich werde gemessert, ich lieb mein Leben. Von der Treppe kommt einer mit Butterfly. Oh, hab ich. Das war ja nicht, das war ja nicht. Oh, ja, moin. Ey, Mann, ich guck auf den scheiß Killfeed. Nein, das ist... Nein, nicht sterben. Bist du kurz vor Vorräten? Ja, ins Wort. Alter, hätte er mich jetzt wieder getroppt. Wie bitte? Vorräte? Ach, du Hurensohn. Ey, wenn du Geister erreichst, hab ich verkackt. Ach, du bist tot, ja. Oh, guck mal die Vorräte raus, Jungs. Zeig mal. Alter, da ist ein Gegner, hol ihn. Oh, ich hab ihn. Ich hoffe, du stirbst. Er hat traps. Es ist... Ne, Freunde, das lade ich nicht hoch. Let's go, Jungs! Gutes Spiel, setzt sich durch. Ne. Ich hoffe, die Geilen sofort. Gutes Spiel, setzt sich durch, ey. Och, das ist ein Gegner. Ja, Niklas, der Bessere hier wird. Mann, du bist so ein Hurensohn aus Vorräten-Refs. Er erreicht einmal Vorräte in seinem Leben, Alter, weißt du? Er schluckt auch, Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, jetzt klaut er mir den Kill, Mann. Ich fall runter. Und gegen sowas verlierst du dich aber heute. Ich bin auch schon runtergefallen. Ja, das ist vorbei, Alter, Digga. Mein Rats haben noch kein Kill gemacht. Ja, und dann machen wir einen Kill, cool, war. Ich fände auch keine Gegner, Alter. Er zieht. Aber irgendwie einerseits ist auch wieder geil, weil die Gegner echt schlimm sind. Dann gönne ich denen auch, dass sie... Sie stehen auf den Autos, Matti. Das sind die Best. Hä? Ich denk... Ja, die Reps gehen ab so rein. Sieben Kills, krass. Nein. Ja, schön an Double Kill ist wichtig. Alter, du gehst halt rein mit Waffe. Mit Waffe. Feind mit Waffe. Leute, ich werd so gebullshitet. Guckt euch das an. Ich hab... Oh, sieben Kill. Ich brauch sieben von acht Kill. Mann. Ey. Alter, das glaubst du sind entschieden. Alter, das war wirklich Glück, dass ich sie bekam hab. Sonst wär's knapp geworden. Sonst war's ja auch relativ knapp. Ja, war's ja auch. Was sagen? Ja, klar. Hab ich auch gar nicht diskutiert, aber raps aus. Alter, ich kenn den scheiß Spot nicht mal. Ja. Ja, Leute, ich kenn den Spot, bevor ihr mir wieder in die Kommentare flamet, aber einfach abfuck... Na, siehst du mich nicht? Siehst du mich nicht? Aaaaaaah! Er holt mich trotzdem fast. Boah, dieses Geräusch, Alter. Da fällt ihr bestimmt. Okay, jetzt kannst du eh mehr schlafen. Alter, jetzt hab ich jetzt wirklich nur noch gestorben, Alter. Ich hab mir das ganz richtig hergestellt im Lied, bitte. Ja, unglaublich. So. Wird dreht sich mehr so? Er gibt mit Hörnern oder was? Ich guck's mir an. Ja, als Challenge direkt. Ja, cool. H30 zu 25, Alter, aber komm, gutes Spiel. Ja, danke, aber ey, immer Vorräte erreicht und direkt raps. Alles klar. Oh, gut, die Aktivzahung verwendet. Ja, guck der Ehrenthahn hat er natürlich nicht. Ich hab mich auch gezogen und dich nicht. Naja, Freunde. Aber jetzt müssen wir ein 45er Pack haben. Und wenn Call of Duty ein bisschen fair ist, zieh ich jetzt auch mal etwas. Ja, komm, wollen wir das noch drauf lassen? Alter, guck mal, guck mal meine geile Tarn und meinen geilen Anzug an. Wollen wir bis 97? Ja, jetzt Glück und ich hab nur so Scheiße. Ja, 30 zu 25. Schnappes Ding, Alter, muss ich so sagen. Es kommt trotzdem, dass du so nah dran geblieben bist. Cool, dass du dabei rülpst, wenn ich grad eine emotionale Rede halte. Falsch eigentlich, eh emotional. Ja, spannend. Ja, aber knappe Ding. Dann hätt ich verloren, glaub ich. Ja, wär knapp geworden. Ja, ja. Vielleicht hätt ich dann noch anders gespielt, aber ich am Ende halt, da bin ich ja nur noch gestorben. Ja, ja, Freunde. Aber, keine Angst, ich und Fumpe sind nicht die einzigen Mitglieder des VSB-Clans. Wie viele sind wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Moin, 10 oder so. Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Jedenfalls. Demnächst kommt auch ein kleiner Scrim von uns online. Freut euch schon mal drauf. Hier mein 45er. M-m-m-m. Ihr könnt euch auch voll die waren. Das war ein S&Z. Ja, nicht spoilern. Ich dachte, ich hab ne Waffe gezogen. Aber ihr könnt euch auf was freuen. War... Alter, das war schon ein spannendes Spiel, muss man sagen. Ah. Ich kaufte die Hase nicht. 45er das jetzt noch mal ein paar. Ja, ich hab's geöffnet, war richtige Wichse drin. Perfekt, Alter. Wie immer bei mir. Aber letztens... Leute. Ich will nochmal zeigen, letztens hatte ich ein bisschen Glück, da hab ich 1,45er geöffnet. Ihr Moin, zu weit. Erstmal den Buschwalker. Ja, Moin, du gehst raus. Ich will zeigen. Perfekt. Hier die scheiß Kettensäge gezogen und dann direkt danach den Argus, als ob sich irgendjemand irgendjemand über dieses Scheißner-Kampf-Waffen freuen würde. Ich hab jetzt... Philipp hat 19 mal vom Highlight. Mensch, 15 von... 14 von 21. Wenn man die Boxhandschuhe und das Messer natürlich mitzählt. Ja, Freunde. Das war's auch schon. Ja, damit kann man so verabschieden. War ein schönes Gameplay, muss man sagen. Random Class. Aber das müssen wir mal wieder machen. Nur nächstes Mal... Die Klasse war einfach ein bisschen beschissen. Aber... Das Glück war auf meiner Seite diesmal. Und... Ja... Wir würden uns über jedes Kommentar, jeden Like freuen. Und... Wir sehen uns nächstes Mal. War schön. Ade.